rein du Vollidiot jetzt dort hatte nicht gesehen um muss irgendwie das Portal nach Hause finden wie kann man da jetzt reingehen ohne ohne Ausrüstung und ohne gar nix ey hallo das kann Bock mehr schützt sich gerade mal schlägt ja komm her das aus dem Maul von mir komm her ich komm mir nicht mehr raus ich komm mir trotzdem nicht mehr raus lass dich halt töten aber ich kann mich ja nicht töteln lassen das geht ja nicht nein ich bin immer wieder auf einem Viechchen hey wenn du dich töten lässt dann kommst du nicht mehr auf in der Welt raus oder was ich fühle ich die es ist das immer so komische Viecher die anschauen wenn du die anschaust ähm teleport teleportiert dich in 600 Meter Höhe und kriegst dir keinen Fallschaden weil du stirbst da nicht ich kann mich irgendwie tippen kannst oder so ich war voll knorkel von dir äh ich hab nicht ich brach mich einfach ganz schnell irgendwo runter ich bin voll erschrocken weil er auf einmal unter mir der Boden weg ging ich bin voll erschrocken weil er auf einmal unter mir der Boden weg ging ich bin voll auf die Tür konzentriert auf einmal geht der Boden unter mir weg deshalb hast du deine Spitzer weggeschmissen yep da oben singen oder was ey diese Töne hier die machen mich voll aggressiv ich frag mich immer noch wie man da reingehen kann wenn man noch nicht equipt ist einfach reingehen einfach reingehen ja das ist ja gut ja das ist eine gute Antwort ja jetzt sterb ich wundervoll yeah ich sponier hier ähm ich möchte jetzt gerne Ausrüstung haben ganz viel Ausrüstung Juli hm ja wir werden erstmal dann genug rubber haben meinsch von Anfang reicht schon ja wir haben ja noch ganz viele rubber trees da stehen ja also ich bin hier gerade in der Höhle nur damit du es weißt wo ich bin bei äh 77 und 330 ich weiß auch genau wo du bist egal ich renne eh in eine Richtung achso wieso das ähm ja wenn wir in eine Richtung rennen ist größere äh größere Chancen dass wir mehr finden und so ah ja stimmt wir können da zwei unterschiedliche Touren machen so schlau ist halt Juli nicht so weit denkt der nicht ne ne alle du wie schnell wie schnell man da eigentlich voll ist mit Rohstoffen oder? oh ja schlimmer war es in Ult in 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 Fitter Beast Ultimator bist zwei Meter in die Höhle rein da ist ja drei Meter da ist ja drei Millionen Mots drinnen da ist ja drei Millionen Mots drinnen warte mal ist hier ist man fest ich soll ich mal kurz nachschlau ob die Mott hier ich wollte eigentlich in eine andere Richtung gehen was gehe ich in deine Richtung na ich sehe deinen Namen egal ne ich einfach weiter ich bräuchte mal was zu essen also schräg schräg Tiere hier ist ne Ex-Paddy den kann ich niemals alleine erforschen aber direkt neben dir ist ne neue Höhle ach du scheiße sonst können wir was noch nicht irgendwann zusammenführen oder so aber ist mir egal cool ich hab kein Essen um die auf ne Minentour das ist sehr sinnvoll ich hab sieben Äpfel ja yeah ich zeig nur noch 5 ich fasse einfach verrottetes Fleisch ah jetzt leckt jetzt wird's meine Aufnahme unterbrochen was Weiche von hm warte mal meine FPS Anzeige zeigt's gar nicht mehr und das hab ich auch öfter ich will nicht auf ne bestimmte Taste kommen hm oh oh lol hide ach bei das hab ich auf einfügen haha ah 1 ja ok jetzt sehe ich meine FPS wieder yeah ja weil ich muss sie sehen weil ja wie gesagt mein Speicher reicht nicht mehr so lang ich habe es sehr viel aufgenommen in der letzten Zeit ja ich habe ich habe immer noch die Cities in Motion 3 Stunden Aufnahme wo ich noch nicht gerendert habe ah Inventory Tweaks ist auch dabei warum ist Kupfer ach das ist Galactic Craft Copper was warum ist das im normalen Minecraft Style ne das äh ist kein Unterschied macht das kein Unterschied von der das eine leuchtet mehr ja Galact ach so weil das zwei unterschiedliche Mods sind oder was ja das schaut einfach aus wie ein normales Minecraft Copper aber da ist ein 5 Creeper schön gibt schön viel Ganbauer bauen wir das keine Ahnung bestimmt irgendwann mal wir TNT bauen sollen oder sowas ich hab eigentlich voll ich bin eigentlich für die Idee dass immer wenn wir jetzt was machen dass wir es irgendwie speziell benennen ok und wie weiß wie ich das mein ja schon aber wie keine Ahnung wir müssen noch was aussuchen äh aussuchen müssen wir noch let's play take it ja jetzt allgemein wenn wir was zu machen wenn wir jetzt auch Adventure Maps oder sowas machen ja wir haben schon dann nicht mehr gemacht ja ja wollten wir eigentlich mal wieder machen irgendwann mal ja da steht ja Leute ich seh deinen Namen ja äh ich es steht schon auf dem neuen Uploadplan steht Adventure Mafia drauf äh äh ja mir gehts genau so bei dir äh 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 Schelett äh das ist mir gar nicht was ist denn das hier ich hab Marble ist das wichtig äh das ist im Bauten ganz nett aber ich das ist gleich in Marble wie ein Hexit jep äh dann ist es gar kein Marble dann ist gut in den Böden in den Böden es gibt es nicht in um die Schöne hat man Meisterschaft ein bisschen dunkel über eine Breitens hochstellen ich hab die immer auf 100 Prozent ich brenne ich brenne oh 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 ich sehe wie du läufst Mauskelett alter habe ich gebrannt oh Zombie komm her hab ich wenigstens zu essen um morgen wird der Schule und Prozent und die G2 8 Uhr scheiß das unter einem Spalten in Spalt kann ich Aluminium nicht mit der Steinspitzeige abbauen sagt mir das doch Nein jetzt habe ich das Aluminium Oh Gott, Oh Gott, Oh Gott, Oh Gott brauchen wir Aluminium dringend? ähm, ja für? verschiedene Sachen oder was ist das? oder was ist das? oah leck warte, ich hab hier ich hab hier zzzzzzz Kertus Quarzohre das hab ich auch ich mach mir jetzt einfach kurz eine Steinspitzeige äh, eine Eisenspitzeige meine ich Schäuße Uhhh, das ist Kapper sehr schön Vielen Dank.